so hallo wir machen weiter bei legend of zelda tears of the kingdom alle infos zum let's play in der beschreibung es ist blind und es wird so gut wie nichts geschnitten so bisher nichts geschnitten letztes mal haben wir einiges hier erledigt und war mehr so nebenquest kram und wir haben den turm aktiviert endlich wie man in diese schwebende ringruine kommt weiß ich noch nicht kranzruine ich wollte es mal kurz gucken ach das mache ich nicht hier in dem menü das mache ich wieder in einem anderen menü gott in welchem menü mache ich das denn hier was meine quests sagen ach guck mal das habe ich noch nicht erledigt na ich gehe noch mal kurz okay ich gehe noch mal ganz kurz nach kakariko runter stimmt ich muss der noch bescheid sagen ja richtig ich gehe noch mal kurz nach kakariko runter ach ihr muss ich alle zutaten besorgen das kann auch sein dass ich es nicht selber kochen muss sondern alle zutaten besorgen muss ich dachte sie hat okay ja das kann auch okay ich mag immer gerade das hier und hauptaufgabe klar das ist erstmal was anderes okay gut aber dann haben wir hier tatsächlich nur die zwei ja die anderen haben wir erledigt sehr gut dann gehe ich ganz kurz darunter und quatsch mit der und dann und dann gehen wir dann gehen wir wirklich ins jahrs mal das wird zwar wahrscheinlich nur so ein kurzes dankeschön sein aber aber kann man ja schnell mal machen so hast du mir irgendwas mit zu teilen ne ne bilder bewundern kann zu ihnen ja okay jetzt nicht spannendes mit zu teilen so jawohl das brauchen wir ich habe gehört dass du einen großen gefallen getan hast die beiden haben schon darüber gestritten was besser ist als sie noch kinder waren und jetzt essen sie das gemüse des anderen haben sich umarmt und vertragen sich außerdem habe ich endlich wieder ware im laden es könnte nicht besser sein denn bitte das jahr ja wirklich fit karotte alles klar aber vielleicht können wir dann jetzt zumindest hier fotos machen moment von sachen die wir noch nicht fotografiert haben das kann ich nicht fotografieren das ist sehr ärgerlich ok toll aber warte ist das nicht brauche ich nicht butter für die für die für die kollegin hier ne milch ne aber wir kaufen mal ne butter einfach dann haben wir mal eine so wir haben wir noch nicht sonderlich viel geld da ist da müssen wir noch dran arbeiten an unserem geld ne was brauche ich für die ich brauche milch dann muss ich das noch mal kurz nachlesen jetzt regnet es schon wieder übrigens was ist alter ich habe zwar mittlerweile medizin mit der ich klettern könnte aber du hast mir aber auch nichts zu erzählen also da haben wir gelernt dass hier so eine blume wächst genau da sieht man sie bla 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 Kleckchen noch. Eins habe ich ja noch. Und das sind jetzt die, die ich geholt habe, ne? Ja. Das ist auch nur Gequatsche dann. Total. Wenn du ein Schild an deiner Waffe anbringst. Ja, okay. Ich verstehe. Und du gibst mir auch noch einen Kampftipp? Wahrscheinlich eine Waffe am Schild. Lol. Ja, okay. Alles klar. Machen wir. So, was waren jetzt hier die Zutaten? Mein Gott. Hyrule-Reis, Milch und Wildgemüse. Ja, okay. Das ist nix. Haben wir nicht mal ansatzweise. Gut. Oder auch nicht gut. Also, dann jetzt wieder da hoch. Und Abflug in die in die Dings. Okay, ich kann nix tragen. Wir müssen auch schleunigst den Kollegen finden, den den, 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 den Krog-Typ. Aber ich weiß halt nicht, wo. Also, im Original war er ja da hinten auf dem Weg. Hier bei Kakariko. Vielleicht gehen wir den Weg auch nochmal. Aber das wäre halt schon irgendwie albern, wenn er da einfach wieder wäre. Und es gab jetzt halt auch noch überhaupt keinen Hinweis, wo der sein könnte. Egal. Wir gehen jetzt mal hier runter und gucken, was passiert. Nein. What? Ich mag den Ton nicht und ich sehe nichts. Also gar nichts sehen ist jetzt auch nicht gerade. Ich weiß nicht, ist hier überhaupt was, wo ich landen kann oder ist hier überall nur Miasma? Ich versuche mal bei den Viechern zu landen. Ach du Scheiße. Oh, die ziehen mir Dings ab. Wir sammeln mal ein paar Ohrlichter, die sind ja sicherlich wichtig. Ach, das sind Exalfosse, also kaputte Exalfosse. Okay, so. Gut, also hier konnte ich immerhin landen. Ähm. Nein. Doch, doch war richtig. Und zwar jetzt hier hoch. Und dann sortieren wir mal nach am häufigsten. Dann sind nämlich die Lichtdinger ganz vorne. Genau. Ja. Ja. Okay, so. Wenn wir danach gehen würden, dass die Schreine immer bei den Wurzeln sind, müsste ich... ...in die Richtung gehen. Ja, okay, das ist schon ganz schön weit. Muss jetzt nicht sein. Äh, wir gucken uns einfach so ein bisschen um, würde ich sagen. Wir gucken uns einfach so ein bisschen um. Und schauen, was wir so entdecken. Hier geht's zum Beispiel noch weiter runter. Okay. Mein Gott. Jetzt. Ich muss auch, was wir wissen, was wir da sind, was wir da sind. ... ... ... Okay Die Frage ist halt nur Ist es zielstrebig Hier unten einfach rumzulaufen Oder sollte man das machen Wenn man wirklich was spezielles Einen speziellen Auftrag hat Wo man was suchen soll So keine Ahnung Das weiß ich halt noch nicht Woher auch Bisher wirkt es eher nicht So zielstrebig Man findet halt auch Nicht so wirklich was Na man klettert hier so ein bisschen rum Und Aber so wirklich Dass es jetzt irgendwie was bringt Habe ich noch nicht so das Gefühl Aber man sammelt halt diese Dinger Ich hoffe im übrigen Dass wenn ich die einmal werfe Dass sie dann da immer bleiben Und nicht Irgendwann hier wieder weg sind Das wäre ärgerlich Ich habe jetzt nicht den Eindruck Dass es was bringt Hier hochzuklettern Muss ich gestehen Einmal werfen wir noch eins höher Dann gucken wir mal Aber ich glaube Ich glaube da fängt dann einfach Irgendwo dann das Miasma an Und dann geht es da auch Nicht mehr höher Schätze ich jetzt einfach mal Ich weiß es natürlich nicht Wobei da oben geht es scheinbar Doch noch ein bisschen weiter Ich dachte jetzt Ich dachte so Einfach nur die Wand dann Und dann kommt halt Miasma Und dann ist halt Höhle zu Ende Aber nee Da geht es noch weiter Man kann zumindest Irgendwo hinlaufen Vielleicht sehen wir ja Irgendwas von da oben Eine leuchtende Wurzel Wäre ja schon mal ein Anfang Da glitzert auf jeden Fall was Da gibt es auf jeden Fall schon mal Erze Okay Ich gehe erstmal zu dem Glitzer-Dings Oh Das war da Aber aussehen tut halt schon alles ziemlich gut Da sind wieder solche Dinger Ich weiß halt noch nicht was ich mit denen will Aber die einzusammeln ist sicherlich auch nicht verkehrt Okay Sehr schön Dann gehen wir jetzt erstmal Dann gehen wir jetzt erstmal hier oben entlang Auf dem einfach so auf diesem länglichen Weg hier Gucken wir mal wie weit der so führt Oh Hier ist auf jeden Fall schon mal Guck mal hier ist schon mal ein bisschen was Ah hier ist so ein Flugding Ja lol Ich meine das ist ja Von den Sonau Na das ist ja so ein Ich meine den kann ich jetzt hier nicht nutzen Das ist jetzt ein bisschen schwierig Den hier zu nutzen Aber interessant Was ist da unten Da geht es auch Boah es geht halt überall hin Es geht halt überall hin Kann man die eigentlich auch fotografieren Diese Objekte Nein okay Ach lol Ach du Schande Ach du Schande Ach du Schande Ich habe keine Ahnung Okay hier kann man definitiv irgendwas Großes bauen Das sind irgendwelche Oh mein Gott Hier kann man irgendwas Großes bauen Und ich habe keine Ahnung Wie man es zusammensetzt Das raffe ich jetzt erst Das ist hier so Das ist halt irgendwelche Räder Die dann rollen Und oh mein Gott Okay keine Ahnung Wie man da jetzt was baut Wahrscheinlich schon ein Flugzeug oder so Kannst du hier bauen Und vielleicht kann man dann damit sogar durch dieses Zeug durchfahren Aber das kann ich bestimmt auch erst machen Wenn ich die Batterien ordentlich erweitert habe Weil die würden ja Also lange würde ich nicht fahren aktuell Oh Oh da ist was interessantes Da gehen wir mal hin noch Da gehen wir mal noch hin Yo Und da ist noch was viel interessanteres Jetzt ist die Frage Kann ich da einfach runter Müsste doch funktionieren oder Ich werfe mal sicherheitshalber Aber das muss doch klappen Ja super Die Aru-Sarkam-Wurzel Nice Schwusch Sehr gut Und dadurch kriege ich auch meine Herzen wieder Okay Und dann kann man es jetzt auch jederzeit hierher teleportieren Das ist ja auch das Wichtige Also das ist ja das nächste Wichtige Nicht nur dass es die Umgebung erhält Sondern dass ich mich vor allem dahin teleportieren kann Dass ich teleportpunkte hier unten habe Was bist du denn? Mini-Gama Was war da gerade für eine Anzeige? Nein Und ich gebe Leuchtsamen Okay Was hat er gerade für eine Anzeige? Ist mein Album voll? Oh 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 ich muss löschen Ja ich glaube ich muss Bilder löschen Ja gut dann kann eigentlich alles weg Alle auswählen Ja die können auch weg Das ist ja nur das was Zelda gemacht hat Ja weg damit Die kann ich nicht fotografieren Oh das ist großes Irrlicht Das sind mehr Ah das sind fünf Irrlichter Okay Also was immer die am Ende bringen werden Es ist sicherlich nicht schlecht Jetzt schon mal welche zu sammeln Okay ich glaube da unten ist jetzt aber wirklich Schluss Ah hier ist Ende der Fahnenstange Okay Okay porten wir uns wieder hoch Sonst hätte ich mich auch nicht darunter begeben jetzt Weil ich nicht gewusst hätte ob und ich wieder hochkomme Aber so komme ich natürlich sehr gut wieder hoch So Sehr schön Okay das ist einfach so irgendwas Boah Aber das hat es jetzt gebracht Das hat es jetzt richtig gebracht da rein zu gehen Aber weiß man ja vorher nicht Okay Ähm Ich wollte zu diesem Gebäude fliegen Was ich da gesehen hatte Wo war das denn jetzt Ach da muss ich wieder hören Das war von da oben habe ich das gesehen Okay Dann machen wir kurz noch folgendes Wir sammeln noch kurz die anderen Irrlichter Die ich da gesehen habe auf Wo auch immer die jetzt waren Wo hatte ich denn jetzt noch Irrlichter gesehen Ach hier Aber auch hier kann ich mir nicht vorstellen Dass man am Ende alle finden Also die sind ja komplett wild verstreut Und das wäre ja richtig Krass Wenn man die alle finden könnte Ich will mal gerade hier hochgehen Guck mal hier sind nämlich Hier sind richtig viele Oh Hier ist auch was richtig unangenehmes Seltener Ivarok Ich glaube nicht dass wir uns mit dem jetzt anlegen wollen Ehrlich gesagt Kann ich den paar Irrlichter mitnehmen Ohne dass der mich stört Nein Hat er mich jetzt registriert Weil es seine Ah scheiße Okay Nein ich habe kein Interesse an dir Nein falsche Taste Kommt jetzt her Ach nö Ich habe kein Interesse an dir Da ist die nächste Wurzel Zu der will ich hin An euch habe ich auch kein Interesse Mike was tue ich denn Oha Die können schon auch ordentlich wehtun Wow Ich glaube ich eigentlich kein Schild ausgedingst Hä Hätte ich nicht Hätte ich nicht ein Schild gerade ersetzen können Egal Es dürfte nicht allzu weit gewesen sein Wo ich jetzt gespeichert habe Das letzte Mal Ich glaube kurz bevor wir zu dem Ivarok hoch sind Hat er Speichern angezeigt Ja 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 genau Okay Dann gehen wir da mal anders hoch Es ist in Ordnung Ist in Ordnung Ich habe es Ich habe es ist okay Wir gehen da mal anders hoch Ähm Dann gehe ich jetzt lieber noch mal zu diesem Zu diesem Objekt Was so gut groß geleuchtet hat Da will ich jetzt auf jeden Fall noch hin Das will ich mir noch anschauen Dann ist der Selten Ivarok jetzt nicht mehr auf meinem Foto Aber das ist auch okay Damit kann ich leben So ich will hier hoch Geht es von hier? Ja Ja Zack Abflug Dann sind wir nämlich auch schon oben Hier sind richtig viele auf dem Weg Oh hier sind überall welche Mein Gott Aber wo ist jetzt das Gebäude Was so geleuchtet hat? Ah hier Oha Oha Das ist was riesiges Das ist ja wirklich was riesiges Okay da gehen wir hin Erstmal Licht machen Okay Da ist eh hell jetzt Gut Auch in Ordnung Okay Gucken wir mal was da unten los ist Verlassene Karkariko-Mine Aha Okay Hier waren tatsächlich mal Leute Ja gut Das ist ja auch normaler Untergrund Das war halt alles hier Schätze ich mal Zumindest benutzbar Bevor das Miasma aufgetaucht ist Na Nein Äh Ja Okay das geht nicht kaputt Ich denke so in etwa Kann man sich das vorstellen Das war alles Wurde alles hier benutzt Bis das Miasma aufgetaucht ist Und dann war hier halt so eine Mine Mit Okay aber das wiederum Yo wie ist das denn zusammengesetzt Wie funktioniert das Ding Alter Okay der fährt da irgendwie rum dann Und bohrt sich da wahrscheinlich Irgendwie durch Oh Oh Wobei Nee da können ja keine Menschen Weil sonst hätten ja diese Sonau Wobei naja weiß ich nicht Diese Sonau-Technologie Das ist dann wahrscheinlich eher nicht Also nicht unser Volk war hier Sondern wahrscheinlich halt die Sonau waren hier Vor ganz langer Zeit So rum wird wahrscheinlich eher ein Schuh draus Alter Lauter riesige Irrlichter Aber das meine ich eben Es kann doch nicht sein Dass man die am Ende alle finden muss Weil sie sind ja trotzdem Also sie sind ja so Sammelobjekte Es sind ja im Endeffekt Sind es ja Sammelobjekte Diese Dinger Oder vielleicht zumindest Nenn ich Sammelobjekte Aber vielleicht sowas wie Rubine So ne Also Rubine Wern ja auch da oben angezeigt Als dass der Dass der Counter hoch geht Sammelobjekt ist vielleicht Der falsche Begriff Ja Hier ist nix weiter Wie lang nehmen wir auf? Ist es 30 Minuten? Ich glaube ja Dann können wir noch ein bisschen Was ist das denn? Kugeln Lol Hier steht einfach jemand Hi Wie könnte man dieses Konstrukt Zum Leben erwecken? Ja das kriege ich hin Oha ich kann hier das Ding Einschalten jetzt oder was? Ich weiß wie es geht Jäger 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 Freaking Jäger Natürlich Okay Drei Millionen Jäger Ach du Schande Ähm Schwierig Wir kämpfen Mit dem Ding Mit dem Ding Ja Ja Let's go Boah ja Das ist ein bisschen kritisch Okay Das ist ein Jäger Das ist schlecht Das ist schlecht Das ist ganz schlecht Toll Jetzt starte ich hier wieder Okay Was habe ich seitdem gemacht? Ich habe hier eingesammelt Ich hätte es mir denken können In dem Moment Wo ich hier Schwertbananen gesehen habe Ja Ja moin Okay Was habe ich alles gemacht? Ich habe Oh lol Hier sind zwei Sonnenflächen Habe ich die vorhin eingesammelt? Habe ich gar nicht gesehen Die habe ich vorhin gar nicht gesehen Habe ich die eingesammelt? Jetzt mal Real Talk Ich glaube die habe ich nicht eingesammelt Das ist ja voll gut So hier war ich drauf Die Dinger habe ich mitgenommen Dann bin ich hier längst gelaufen Das habe ich mitgenommen Mehr war da glaube ich nicht Ah so ein Käse Und dann haben wir da Die ganzen Dinger mitgenommen Ach lol Ich hätte Ja also Himmel City ja auch Diese ganzen Symbole Oh und hier ist so ein Ding Oh Das ist so ein So ein Ofenteil Okay 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 So Gut ich glaube jetzt habe ich alles Was ich vorhin auch hatte Oder Ich hoffe Ich speichere mal lieber Die Frage ist Kann ich das einschalten Ohne mit dem zu quatschen Ohne dass der mir auf den Keks geht Der steht halt genau daneben Ich schätze ich muss den erst besiegen Bevor ich das alles einschalte Hier oder Ja scheiße Ich muss Ah okay Ja dann muss ich ihn besiegen Okay dann gucken wir uns aber kurz noch ein bisschen um Da oben ist nämlich auch nochmal Ach ja stimmt Die hatte ich Die Dinger hatte ich auch noch nicht mitgenommen Mehr Sonnenfläge Oh die sind super wichtig Sehr gut Sehr gut Aber was jetzt ein bisschen ärgerlich ist Wir haben ja keine so Bomben mehr Na Das heißt wenn ich jetzt so Fässer kaputt machen will Muss ich im grunde Sowas hier nutzen Und damit mache ich halt meine Sachen kaputt Aber andererseits liegen halt überall Steine rum Und dann hat man sowas auch schnell wieder zusammen So das ist das Das ist das Das ist das Ding Also es ist Es sind zwei Ja Es ist gut und schlecht gleichzeitig Okay Yo Die Variante angefährt ist nochmal krasser Arschteuern Willst du mich verarschen Yo Ach du Scheiße Was wird denn hier alles irgendwann möglich sein Okay das geht nicht kaputt Äh Okay cool Was wird denn hier alles irgendwann möglich sein Oh mein Gott Ich werde so überfordert sein Was mit den Dingern alles Also was man mit diesen ganzen Mechaniken machen kann Was heißt ich werde überfordert sein Ich bin es Ich bin es komplett Vor allem was es alles für Dinger gibt Und Sachen und Okay Und da kommt dann einfach Feuer raus Es ist okay Alles klar Und diese ganzen Dinge gibt es ja auch nochmal in Kapseln Seltsame Hückel zu finden Die nicht schwer zu erklettern sind Ob sie Spuren früher Kulturen sind Oder gar von Riesigen Kreaturen Da steht jetzt sogar Jäger Notizen Aufgehäuft wurden Fragen über Fragen Eine Seltsamkeit ist ihnen allen gemein Oben auf ihnen schwebt stets eine Waffe Ein unheimlicher Anblick Okay Ruhm Koga Groß aus so noch Energiekristall Schön So ich will einmal gerade nach oben Genau Ja Ich will weiter nach oben Weil ich würde gerne Das war nicht was ich wollte Ich würde gerne ganz da hoch Da war nämlich auch nochmal Irrlicht Ein großes Ja genau dich meine ich Genau dich meine ich Okay Dann hoffe ich Dass wir jetzt hier Soweit alles gesehen haben So eine Waffe Von der der gesprochen hat Haben wir schon mal gefunden Ich denke Haben wir soweit alles gesehen Ich hoffe es Zumindest Dann können wir jetzt hier mal gucken Ob ich hier irgendwas tun kann Aha Das kann ich auslösen Das da drüben noch nicht Ja weiß ich doch Lol Der hat einfach alles aufgebaut Ich will nichts erklären Ich will Achso ich muss dafür hingehen Na So rum war das Ja genau Ich konnte hier kaufen Die kann man hier kaufen Äh Da ich noch nicht so richtig viel Damit anzufangen weiß Lassen wir es erstmal liegen Und gehen mal gerade noch Die Leiter hier hinten hoch Ja das war jetzt auch das dann Komme ich hier irgendwie höher Nee na Das sieht nicht so aus Ha Oh der ist Der ist niedriger Aber auch nicht niedrig genug Der ist noch höher Ja Dann ist das hier wohl Auch nicht weiter von Erfolg gekrönt Schade Na gut Jäger Dann wären wir hier Wieder Jetzt weiß ich ja was mich erwartet Kriegen wir schon hin So Wir kämpfen am besten damit Und hiermit Und bogen technisch Hast du mal glaube ich schon ausgerüstet Haben wir Bogen Ja wir haben einen Bogen ausgerüstet Okay Gut Nochmal speichern Dass ich nicht die Ausrüstung Nochmal neu anlegen muss Und dann rein da Ja die halten zum Glück nicht viel aus Problem ist halt nur Ja Problem ist halt nur Oh aber die geben Gute Pfeile Null Mir ist gerade wichtiger Die Sachen einzusammeln Als die zu erledigen Es ist auch Ja scheiße Das Problem ist halt Ich halte halt nichts aus Ich bin halt einfach so Wie sagt man es so schön Ich bin halt so eine Glaskanone Das ist halt mein Problem Ich muss es halt schaffen Ohne großartig Schaden zu nehmen Ja lol Nein Oh mein Gott Ich hatte ihn doch fast Ich muss gerade was essen Ähm Ich will halt irgendwas essen Dass ich jetzt Ja das ist genau richtig Der Pilzspieß ist genau richtig Pilzspieß und dann noch die Kochtomaten So zack Mann Sehr schön Doppelschussbootis sind auch cool Die Dinger So wo ist jetzt der letzte So Dann kann ich erstmal wieder drei Millionen Fotos machen Oh wir haben noch nie eine Donnerblume fotografiert Ja let's go Rubine kann man nicht fotografieren Doppelschussbogen kann ich fotografieren Sehr schön Okay wir werfen einen Bogen weg Und nehmen den mit Den Bockbogen habe ich schon mal fotografiert Okay Jetzt müsste ja auch überall drei Millionen Pfeile rumliegen Gefühlt Hier ist auch nichts Neues Ne Okay sehr gut Noch einer Ja komm Äh Stachelbogen kann weg So Noch mehr Pfeile Überall glitzert's Ja sehr gut So viel Zeit muss sein Pfeile sind super wichtig Aber was wird denn jetzt hier entstehen Also hier kann ich jetzt irgendwas entstehen lassen scheinbar Bin schon sehr gespannt Okay ich glaube wir haben alles Ah nein da glitzert's noch Ah die Donnerblume glitzert hier Okay Gut So Was kann ich hier tun Willkommen Eins konnte man hier Eins konnte man hier viel Sonarium finden Und dieser Ort war eine florierende Schmelzhütte Ich sollte dir etwas überreichen Jedoch Leider hast du die nötigen Bedingungen nicht erfüllt Bitte begib dich zur verlassenen Zentralmine Hier kriege ich etwas wenn ich Bedingungen erfülle Was ist denn die verlassene Zentralmine Was ist denn die verlassene Zentralmine Sehe ich die auf der Karte Ne na Verlassene Karkarikomine Ja keine Ahnung wo die sein könnte Wahrscheinlich ist die dann nicht hier Okay aber sobald wir die gefunden haben Weiß ich Bescheid Wenn ich bei der verlassenen Zentralmine war Muss ich wieder hier hin zurückkommen Oh guck mal da oben Da oben ist eine Truhe Die holen wir uns aber noch Die Truhe da oben snacken wir uns noch Warum ich da hochkomme Achso Ja gut ich weiß wie ich da hochkomme Nein Nein Ich dachte ich wüsste wie ich da hochkomme Ah na bitte Ab nach oben So Und weiter nach oben Yes Was ist hier drin Schön Sehr schön Wenn wir 100 haben können wir uns ja diese Batterie erweitern Hab ich doch richtig verstanden Okay Ja ich würde sagen Der Ausflug in den Untergrund War durchaus in etwa das was ich wollte Ich wollte Dinge entdecken Ja Und ich denke wir haben Dinge entdeckt Ob wir jetzt viel schlauer sind als davor Sei mal dahingestellt Aber wir sind nicht einfach nur rumgeirrt Sondern wir haben tatsächlich etwas entdeckt Das ist doch ganz schön Oha Muss ich jetzt Angst haben dass dort wieder so ein riesiges Viecher auf mich wartet Oder kann ich die einfach snacken Oh das sieht auch interessant aus Oh da unten sind auch weh Mein Gott überall Ihr könnt gleich mal einen Abflug machen hier Freunde Noch einer Okay Noch ein neuer Bogen Große Ani Boomerang Ah I see I see Wenn das Ding eh gleich kaputt geht Dann kann ich es auch wegwerfen Und den Boomerang mitnehmen Komme ich da ran ohne dass Ja Ohne dass ich Stress habe Okay Aber wir hören hier erstmal auf Ich bedanke mich fürs Zuschauen Und äh Was ich im nächsten Part auf jeden Fall machen möchte Wir haben beim Spähposten Noch gar nicht den Schrein aktiviert Das will ich auf jeden Fall nachholen Dass wir mal ein paar Schreine erledigen Danke fürs Zuschauen und Tschüss Und dann hat ich mir das Erst bei dir Ich bin dann Ich bin dann